Hallo und herzlich willkommen bei Frequenz Kappel. Ich bin John. Ich bin Steffi. Schön, dass du da bist. Und heute verraten wir dir, warum du dein Parfüm nach kurzer Zeit nicht mehr riechst. Ja, was sind die Anzeichen, wenn du dein Parfüm nicht mehr riechen solltest? Du sprühst von deinem Lieblingsparfüm immer mehr und mehr drauf. Riechst da immer weniger und weniger. Dann hat sich die Nase bereits dran gewöhnt. Zum Geruch muss man einfach auch sagen, das ist der Sinn, der bei uns am wenigsten geübt ist und der ermüdet auch am schnellsten von allen Sinnen. Und wenn ich regelmäßig immer wieder den gleichen Duft auflege oder zum Beispiel mehrere Parfüms in der Parfümerie teste, dann ist die Nase einfach total schnell überreizt. Das liegt an diesen Rezeptoren, die dann permanent von den Duftmolekülen des Parfüms besetzt sind und die gelangen in die Riechschleimhaut und die Nase ist dann absolut nicht mehr aufnahmebereit. Und außerdem können dann keine neuen Moleküle mehr aufgenommen werden und das Signal, welches ja das Parfüm an das Gehirn dann sendet sozusagen, also dieser Reiz, der wird nicht mehr ans Gehirn weitergeleitet und darum ist dann das Problem in der Parfümerie beim Testen, dass dann alle Parfüms einfach nur noch gleich riechen und man absolut nicht mehr differenzieren kann. Das nennt sich dann olfaktorische Ermüdung. Genau, und des Weiteren, wenn man immer zum Beispiel das gleiche Parfüm sehr, sehr lange und intensiv benutzt, einfach weil es ein Lieblingsparfüm ist, gewöhnt sich die Nase auch daran und die Schleimhaut, die ist da schon desensibilisiert. Und das heißt, wir riechen unseren Duft schon lange nicht mehr, aber die Umgebung, die ja diese neuen Duftmoleküle noch aufnehmen kann in ihre Nase, die riecht uns sehr wohl noch. Für uns ist das einfach eine Nose-Blindness, so heißt das. Der Fachbegriff. Der Fachbegriff. Genau, und auch die TU Dresden hat dazu generell zum Thema Riechen Studien gemacht und herausgefunden, dass die Nase zum Beispiel auch Gerüche ausblenden kann und das tut die hauptsächlich dann bei Wohlriechen, also Düften. Leider. Genau, und das ist ja auch ganz spannend. Und eine weitere Begründung, weshalb man vielleicht auch nichts mehr wahrnehmen kann, das kann auch medizinische Ursachen haben, das nennt sich Anosmie und das gibt es auch in einer partiellen Anosmie, das ist der Verlust des Geruchssinns und bei der partiellen Anosmie einfach auch, dass bestimmte Duftmoleküle im Parfüm nicht mehr wahrgenommen werden können. Und ja, wenn man sowas halt feststellt, das kann sich halt durch mehrere Faktoren entwickeln, dann muss man einfach mal zum Arzt gehen, das abklären lassen. Ja, was ist also das Resultat, wenn man gerade in der Parfümerie Parfüms testet und halt dann feststellt, es riecht alles gleich, auf jeden Fall eine Pause einlegen, so circa 10 Minuten ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Einfach mal vielleicht rausgehen an die frische Luft, dass man da wieder neutrale Lüfte in die Nase bekommt, die Kaffeebohnen, die da rumliegen, die sind zwar ganz nett, bieten aber kein Reset. Also wenn man dran riecht an die Kaffeebohnen, dann heißt das nicht automatisch, dass man da wieder alles riechen kann, sondern ja, es riecht eigentlich nur... Ist halt ganz kurzzeitig für ein paar Sekunden neutralisiert, aber dann braucht die Nase, die braucht einfach mehr Zeit. Was halt besser ist, wenn man an seiner eigenen Haut riecht, also da, wo jetzt kein Parfüm drauf ist und auch keine Cremes oder sowas, was irgendwie riecht, dann einfach mal an die neutrale Haut riechen, da kann sich diese Zeit auch ein bisschen verkürzen. Ja, generell Tipps jetzt zu den Parfümen, wenn man sein eigenes nicht mehr riechen kann, ist auf jeden Fall nicht noch mehr drauf sprühen, weil halt gerade die Umgebung nimmt halt dennoch das Parfüm wahr, man selber halt nicht, aber die anderen Leute, mit denen man jetzt sich umgibt, die riechen das auf jeden Fall. Was kann man da jetzt machen? Auf jeden Fall eine Duftpause einlegen von dem Parfüm selbst, sich vielleicht mal ein neues Parfüm kaufen. Was da aber wichtig ist, es darf halt nicht aus der gleichen Duftfamilie sein. Heißt also, wenn du jetzt einen blumigen Duft hast und kaufst dir noch einen blumigen Duft, dann wirst du den auch sehr, sehr schnell nicht mehr riechen. Deswegen dann vielleicht einfach mal komplett die Duftfamilie wechseln, dass du dann zu blumig mal zu holzig gehst oder zu zitrigst. Es gibt ja viele verschiedene Duftfamilien, wo man da halt zwischen wechseln kann. Hattest du auch schon mal das Problem, dass du dein Parfüm nicht mehr gerochen hast und schreib es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten siehst du hier das Video, wie man sein Parfüm am besten lagert. Bis dahin, ciao. Tschüssi. Tschüssi.